liebe freunde lasst uns auf eine reise gehen mit all diesen vielen kleinen würmern tasten wir uns durch das menschliche explosion alles geht zu bruch es kommt ein neues wesen auf uns mit fetten haaren beinen brust und bauch und auge gekreuzigt wird alles was wir sehen direkt im zentrum unseres wesens fliegt der pfeil trifft auf staller kmitten und titten und bleibt und verhaftet im wesen allen ursprungs hier startet unsere geschichte sie ist auch schon gleich zum ende am mund dieses wesens das uns schreckliche schlünde öffnet es zeigt uns den widerpaar dieses weiblichen wesens einen trinkenden geist der sich vervielfältigt durch alkohol geschwängert es wird ihm nichts fehlen aber er hat gleich einen gegner der ihn ins all entschweben lässt und zurückkommen lässt in unsere kleine große schöne welt mit einem schwert nein es ist natürlich eine unterhose und wir sehen den drachen den drachen der alles besiegt uns hilft auch gegen den steinbock ins feld zu ziehen um zu gewinnen die tollste aller frauen der wir ergeben sind die uns erwartet mit bügeleisen und fliege um uns zu zeigen wo der sinn des lebens liegt freunde ein auto ist besser als jede fliege lasst uns diese weisheit mitnehmen auf dem weg zu den sternen die rakete löst sie steigt nach oben steigt und steigt und steigt und steigt und wir haben uns getäuscht dankeschön Dankeschön